was hört was ich halt so komisch finde ist wenn du jetzt hier ausrüstung reinguckst obwohl jetzt geht's ja dankeschön dieser dialekt der ist nice ja ich mir auch dafür aber unser ja kann ich machen ok eine warnung zum auftragsverlauf manche aufträge werden durch das fortschreiten der zeit beeinflusst und gehen auch ohne die beteiligung des erweckten weiter mehrere aufträge auf einmal anzunehmen birgt das risiko nicht rechtzeitig agieren zu können und das kann in unbeabsichtigten konsequenzen resultieren versuch den zeitfaktor im hinterkopf zu behalten wenn du dein aktu wenn du deine aktuellen aufträge verwaltest und neu annimmst ok oh ressourcen oh was ist das eine reife hartknolle prinzessenknolle ok ich habe ein lazarus stein bekommen weil ich mit juri ein tag unterwegs war ok 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 und sollten wir lieber hier rüber gehen hier sieht es ja aus oder gehen wir hier lang ich glaube wir gehen diese route hier lang aber dass hier überall menschliche totenköpfe aufgespießt auf fehlen sind ähm goblins oh god es gibt viele befehle mit denen der erweckte seine wassalien anweisen kann und ihre effekte variieren je nach den umständen in denen sie verwendet werden wie im kampf und außerhalb der beste weg um sich an jeden befehl zu gewöhnen ist die reaktion und das handeln deines wassalien in verschiedenen situationen zu beobachten los weist wassalien an unabhängig von dir zu handeln während eines kampfes befiehlt es wassalien über das schlachtfeld auszuschwärmen es kann auch benutzt werden um hilfe beim ausführen von aktion oder die führung zu einem ort zu erbitten oder um einen wassalien anzuweisen eine unterbrochene führung fortzusetzen zu mir weist wassalien an sich dir zu nähern während eines kampfes befiehlt es wassalien an deiner seite zu kämpfen alter obwohl ich heute ausgeschlafen habe halt weist wassalien an dort zu bleiben wo sie sind bis sie neue befehle erhalten während eines kampfes weist es wassalien an den angriff abzubrechen und sich darauf zu konzentrieren dich indirekt zu unterstützen hilfe weist wassalien an unterstützung heilung und wiederherstellung zu priorisieren ist hier noch einer auch da cool oh ne truhe kupfererz da gehen wir lieber nicht hin aber wir können hier eben lang es gibt es in es gar ich Oh Gott, wie krieg ich die denn runter? Eins. Hab ich die Feder. Ah. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, okay. Nice. Okay, ja, wir sollten Phil-Bericht erstatten. Da springen wir mal nicht runter. Eigentlich würde ich mal gerne sehen, was diese Kristalle da bedeuten. Ob das Ärzte sind oder was anderes. Ah, ein Material. Oder sowas. Komisch. Hätte jetzt eher gedacht, dass man da vielleicht schon direkt irgendwas einsammeln kann. Hallo, da. Ja. Kaira ist aufgestiegen. Oha. Kaira ist aufgestiegen. Kaira ist aufgestiegen. Äh. Begib dich nach Melve. So. Ich hab mir einen Kaffee geholt. Okay. 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 Ich wollt ja ne Hose kaufen. Kaufen. Ey. Oh. Ich hab ganz schön viel. Feenklinge. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Was ist das? So, verkaufen. So, dann... So, dann laufen wir mal zum Lager. 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 Okay. Okay. Herr der Blitze. Oh, da ist ein Auftrag. Ah, das ist die... So, dann laufen wir mal zum Lager. Okay. 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 So. Ich wollte mal gucken, was das hier ist. Okay. 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 Weiter geht's. Okay. Okay. So. 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 Oh. Oh. Ah. Ja. Prey, slow your feet. You run too fast for the likes of me. No time to catch your breath. Try to keep up. So. Aber schön erkundet. Hm. So. Come to think of it. Some masters rearranged their party at the drop of a hat. One such a rhythm dismissed me after only half a day of service. Sure. Oh. Was ist das? Goldkäfer? Ein seltener der glänzenden Fiko hat erhöht das maximale Gewicht, das man tragen kann um... Nice. Nice. Oh. And here I was hoping for some great treasure. I was hoping for you to get the cargo on. Hobolthorn. Bisschen hart. Okay. Oh. Mein Arm schläft ein. Mein Arm schläft ein. Mein Arm schläft ein. Mein Arm schläft ein. Zeit fürs Zelten. Mein Arm schläft ein. Mein Arm schläft ein. Mein Arm schläft ein. Mein Arm schläft ein. Muss ich denn hier beim Sch... Ah. Bis zum Fertigkeitenausstarten. 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 So. Hab ich das wiederbekommen oder wurde es zerstört? So. 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 Ich weiß nicht, Herr Schmarrn, aber ich bin ausgewertet. Vielleicht haben wir eine Reste bevor wir aufpassen. Ah. So. Ah, ne Kiste. So, aha. So. Oh Gott. Okay, da kannst du nicht gegen schießen. Was ist das? Alltäglich. Ja, allerdings nicht. Okay. 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 Sind wir auf dem richtigen Weg? Okay. 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 Nimm den. Okay. Oh, sie ist überladen. Und wir sollten dann irgendwie doch mal was im Lager ablegen. damit wir das oder gegebenenfalls verkaufen. Okay. 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 Was ist das hier? Okay. 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 Okay, so. Wie ist das? Okay. Okay. Hier bin ich der Neuk구리. Ich habe eine Beleutung von wochen, die sicherlich sind. Kring der Aggression, der Entschlossenheit. Nee, leider nicht. Okay. Amen. Amen.